Auf datys dann! Auf datys! Wir werden das alles machen, also was die dort... Auf datys! Diese sind nur geile! Auf datys! Terminal! Ja! Es ist von Winky! Ja! Das ist so ausführend! Das ist so ausführend! Welcome! Das sagt jetzt Slayer! Slayer! Ja! Alter! Ich nehm... Schraud! Schraud! Schraud ist weg! Jasl! Ja! Bei mir schaue ich noch so ein wenig weg! Ja, wie gesagt! Schraud! Nein! Jetzt hat er mich getroffen! Jasl! Ja! 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 Da kommt der... Fanz? Ja, wenn ich... Oh, wenn ich... Ja, also... Hey, das ist ja wohl doch... Stellt den Scheiß ab! Du stellst dich ab! Stellt den Scheiß drauf! Aber wenn du so... 8 Koloniener elektrisch... Dann haben wir schon... Uli mal gleich mal die Besucht gehabt. Das ist immer besser. Und ich bitte besser. Gibt es jetzt? Gibt es jetzt? Gibt es jetzt? Telefon. Fakt, der Sommer ist doch! Pfff. Pfff. Schau dir genau, ey! Hey, wo ist mir jetzt meine Weihnachtsgeschenk von dir? Da ging noch um mich um mich, Was wollest du? Hä? Was wollest du, na? Eine Flugreise für zwei Personen, zwei Wochen, inklusive noch Mauritius. Hast du denn schon gebucht? Nein. Schau, der ist ja klar. Schmerz. Was war das? Wer? Wo einer? Nein. Was ist vor dir? Entschuldigung. Sie? Der ist Simon. Schmerz. 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 Der war aber nicht so toll. Halt, ich brauch mal... Hast du meinen, Gummer? Du hast... Du hast... Woa... Ja, ich hab's gesehen, dass... Schmerz. Schmerz. Hallo, wann hat jetzt mehr aus? Da liegt die A, hinter dir kann man nicht. Ach, hinter mir? So ist das egal. Kriegt die, wenn es optimal wird? Die waren ein bisschen. Nicht glauben. Nein. Nein. Was hab ich denn jetzt erst gekommen? Was? I... I tried to help you, but you cannot default so much damage. Das ist ein scheiß B.A., ich glaube ich kriege die Rechte. Ich brauche ein B.A. Ich brauche ein B.A. Ey, hört ihr auch nicht? Ich glaube ja auch, habe ich gesagt. Ich glaube da oben, oder? Wo ich es gerade drüberkriege bin. No? Da ist er. Da ist er. Ja, ja. Ich schaue. Ja. Das ist wie nichts mehr. Benji ist nicht wieder da. Schreck. Ich habe mich schon wieder selber getroffen. Ich kotze mich an. Ist der irgendwann noch? Der Sniper liegt bei mir, willst du? Nein, danke. Wir sehen. Boah, der wird genau nicht beim anderen gespawnt. Nein, 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 nein. Das wird schon gleich. Ich schaue gerade. Wie ist es da mal? Wie lange ist ich heute lebt? Ich nicht? Du bin nicht da. Das ist gleich da. Ich bin da. Ich bin da. Das kommt schon wieder an. Und da kommt der Original. DANI! DANI, wo bist? DANI, sag eine. Wann da noch nicht? Guck mal. Scheiss, jetzt wurde der Montag geflückt. Einen Held abgeholt. Wann! Wann? 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 Ich sag schon einmal die ganze Zeit mal knalle, weißt du? Ich wollte eigentlich nichts außer einer scheiss knalle. Komm schon, komm schon, komm schon. Wo war das so, wie's zusammen! Ja, wenn man من echt einschulissen hat. ... in der Distanz... ...ja, wenn man so viel... schulissen ist dann nicht schlecht... ...ich spart…schulissen... Ja. Meinen's? Ah, ja, dann kriegst du die... die Schaus! Na, ich bin richtig schulissen! Nein, die, ich... Es ist nur noch mal da, das Tal... Ich bin echt cool! ...ja, das... ...ja, das ist... ...ja, das ist egal! Nein, nein, nein! Lava-Kanonen Ah, okay! Fast! Du hast ihn nicht übergeregt! Mal, über die Benchel unten! Hau den Sniper drumherum! Ja, dann nehme ich die Benchel! Jetzt hab ich schon mal die Hubsaugeschmissen! Da waren wir mal noch umgekommen! Nein, da geht der Till danach! Was kommt denn da noch gegen dich? Wahrscheinlich bist du? Ja, aber das ist immer so arsch! Ich glaub, das sei der Sniper! Wer ich? Nein, der Bär! Ich hoffe, das ist gut! Das ist der Sniper! Sack, schau mal an! Ah! Nimm den Halt! Ja, dann lass es! Wo ist es? Wo ist der Nuss? Größer Turm? Größer Turm ist das Linn! Warte! Warte! Guck mal! Guck mal da früher aus! Kann die Beine sein! Warte! Warte! Also, sind das deine Geschosse? Nein, ich habe noch ein paar schon gesehen, glaube ich. Uiuiui! Ich habe mir das Besuch halt auch schon, das ist für die U-Respont. Das ist Wahnsinn. Ich hätte mir ein paar Besuch halt einen Schnäuper, dann machen wir den, oder? Nein, einen Schnäuper, die U-Responten, ja. Ja, okay, jetzt da. Brauchst du hören? Ja. Hat sie hören? Ja, da hat nichts mehr, da hat nichts mehr! Schnäufe! Ich habe auch gar nicht mehr, was ich da machen kann. Sei es auch. Ja, das war die Granate. Das ist doch toll von der Granate, dass der nicht mehr. Ähm, ja. Eine Granate. Sein ist eins, scheiß eins, ist das sein? Stürr! Die sind noch oben! Da ist noch ein Granatenpartner nicht. Mal schauen, ob sie gar nicht mehr fallen. Das war der Schnudrutz, steht noch oben. Das war der Schnudrutz, steht noch oben. Ja, schau direkt zum Schnäuper! Scheiße! Das war jetzt weg! Das hat jetzt voll gelangt! Der hat jetzt so geschaut, und hat mir schon voll eine Limit gegeben. Schau rein! Schau rein! Schau rein! Schau rein! Schau rein! Sieh? Schau rein! Das ist ein Schatz! Das ist ein Schatz! Saugeil! Saugeil! Das ist nicht Saugeil! Saugeil, Leute! Saugeil schmeckt der Walbur! Saugeil schmeckt Saugeil! Alles wird schrotmäßig! 13 haben wir es ausgezählt! Da hast du wohl die Hände geblendet! Ja... Aber nicht bei der, ne? Äh... Ich hab's jetzt... Woh... Woh... Ich bin alles so geheim. Der Lauf der mit dem Schrot! Woh! 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 Nee! Woh! 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 Schlau in ihren Haaren! Entschüss, Tanja! Znü? Ja. Möbel. Wie geht's über ein bisschen Zeug? Na, sei nicht. Du sagst das immer so bestimmt, oder? Was warst du wohl, oder? Das ist ja lange hinter dir mit der Basuka, oder? Bei generell ist das der Basuka, oder? Tja. Der kann ein bisschen springen, aber nicht. Was? Der kann besser springen, oder? Warte mal, das muss ich noch mal selbst machen. So mache ich das. Halt die Fresse! Du weißt, was ich ein Doppeldecke? Ein Doppeldecke. Ein Doppeldecke? Ein Doppeldecke ist... Ende des Spiels. Oh, und dann geht noch. Dann ist aber Schluss. Und was? Oh, Treml ist er. Weil es einem nicht gefällt. Was will er? Was ist der... Was ist der... Der hat aber keinen Bock mehr. Der hat keinen Bock mehr. Der hat keinen Bock mehr. Ich habe jetzt ein Handicap. Also, ein Doppeldecke. Eine mittels... Äh, eine Likes... Mitle Wappeldecke überdringen. Heading up, Gabe! Das ist doch mega. Oh, das ist richtig, Mann. Ja, zwei, zwei, zwei. Ja, dafür. Ja, das geht gut. 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 Schuss. Schuss! 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 Wo ist die Blase? Ja, das wird so geil. Wie heißt das? Sech schon, weil ich geblieben bin. Ja, das hat wir gesehen. Das ist schon gut. Das ist alles eine Bier, oder? Stimmt, das ist eine Bier. Aber ich weiß. Ich dokumentiere, wie Johnson von den Cabinals fertig gemacht wird. Er kann nicht fliehen. Untertitelung des ZDF, 2020